Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GiantfunBlog. Der Kanal rund um das Thema Kirmes, Freizeitpark und Eventgastinemie. Ihr seht, ich stehe heute hier am Nightfly von Lukas Glesmann. Und der ein oder andere kennt Lukas von Instagram oder TikTok. Ja, ich würde sagen, wir legen einfach los und es ist Time for Fun. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, neben mir steht Lukas Glesmann. Hi Lukas, grüß dich. Moin René, schön, dass du hier bist. Ja, danke. Und ich habe hier einen Riesenweg auf mich genommen. Ja. Ich bin, ich glaube, über 400 Kilometer gefahren. Ja, Wahnsinn. Um mal hier bei dir im Norden vorbeizuschauen. Freut mich. An deinem Nightfly, ne? Genau. Und das ist aus meiner Sicht spektakulär, weil du quasi ein komplett neues Geschäft daraus gemacht hast. Und ich glaube, den Zuschauern musst du mal erklären, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass du den Nightfly gekauft hast. Ja, viele von euch können sich das denken. Ganz so einfach ist das nicht so ein Fahrgeschäft, einfach mal irgendwie zu kaufen. Das gibt es nicht im Katalog oder das ist auch nicht wie ein Auto, wo man mal bei Ebay Kleinanzeigen oder bei Mobile guckt. So was ist schon einzigartig. Und ja, da war ich auch über zwei Jahre auf der Suche nach. Und irgendwann hatte ich dann das große Glück, die Familie Jehn kennenzulernen aus Eisennacht. Und ja, da durfte ich dann das Fahrgeschäft erwerben. Sah natürlich nicht so aus, wie es jetzt aussieht. Vielleicht kannst du ja mal ein Bild einblenden. Ja, wir blenden uns gerne mal ein Bild hier ein. Und ja, jetzt sind wir seit knapp zwei Jahren am Rumwerkeln und Machen und Tun. Und ich würde sagen, ja, komplett Restauration. Ich würde sagen, das ist nichts mehr so, wie es vorher war. Ich würde sagen, wir ziehen mal ein Stück näher ans Geschäft. Dann seht ihr das wirklich, weil da ist im Prinzip alles, eigentlich ist das ein flatsch neues Geschäft hier. Und ja, wir nehmen euch mal mit und dann zeigen wir euch mal, was so alles im Geschäft gemacht worden ist. Ja. Wir stehen jetzt hier an der Gondel vom Nightfly. Und ich habe extra hier die Kameraperspektive gewählt. Ihr seht hinten die Lichtleiste, die ist schon an. Und Lukas, ich weiß, du hast jede einzelne dieser Lampen selber montiert, oder? Genau, ich kann dir sogar genau sagen, wie viele es sind. In der Bank sind 810 einzelne LEDs verbaut. Wahnsinn. Und ja, auch die Gondel wurde wirklich komplett restauriert. Auch da können wir mal ein Bild einblenden, wie die vorher ausgesehen hat. Die war über drei Monate in der Lackierhalle. Ja. Wurde komplett aufgearbeitet. Das Polyester wurde neu gemacht und, und, und. Neu grundiert, neu geschliffen, neu lackiert. Also da steckt richtig, richtig viel Arbeit drin. Und jetzt können wir schon mal das erste Mal die LEDs zeigen. Und ich glaube, das kann sich auch ganz gut sehen lassen. Ja, das sieht wirklich mega aus. Also wenn ich sehe, wie gerade generell diese ganzen LEDs. Hat die vorher da auch eine LED-Beleuchtung? Ja, das war natürlich ganz alte Technik. Ja? Ja, das ist jetzt so die neueste RGB-Technik, die es auf dem Markt gibt. Die da war so. Ja, ich glaube, was man auch sagen muss, das ist, es gibt ja unterschiedliche Scheibenwischehersteller. Das ist ja ein Traditionsunternehmen, oder beziehungsweise ein Traditionsunternehmen, was den gebaut hat. Und das war dir auch persönlich, glaube ich, ganz wichtig. Genau, das gibt ja viele Scheibenwischer, auch auf der Reise, tschechische Scheibenwischer. Und das ist halt was ganz Besonderes. Das ist einer von dem Hersteller KMG. Das Unternehmen gibt es auch noch. Und das Unternehmen ist auch immer noch sehr erfolgreich. Hat zum Beispiel Infinity gebaut. Kennt man auch, war auch schon auf dem Hamburger Doom. Mein absolutes Lieblingshochfahrgeschäft. Schönen Gruß an den Tobias hier, an den Rekommandeur vom Infinity. Ich habe mit ihm tatsächlich noch gestern gesprochen und bin gestern noch eine Runde Infinity in Düsseldorf gefahren. Oh, das ist so schön. Also mega. Also Infinity ist immer wieder super Fahrt. Oder Excalibur jetzt. Von Harry. Also KMG weiß auf jeden Fall schon, was die tun. Und deswegen habe ich mich dafür auch entschieden. Da geht das Geschäft jetzt halt auch nochmal hin, um dementsprechend die Fahnenlage und noch vieles mehr zu restaurieren. Ja, genau. Das muss man ja auch sagen. Ich weiß, wir haben uns so oft darüber unterhalten, als du den Scheibenwischer gekauft hast. Und im Prinzip, wie gesagt, wenn du fertig bist, ist es gleich, als hättest du einen neuen gekauft. Aber du weißt, den Vorteil, den du jetzt einfach hattest, ist, du konntest dir alle Elemente selber aussuchen. Und das finde ich auch... Also ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe hier jedes Teil mindestens einmal in der Hand gehabt. Und dadurch weiß man natürlich, wo was hingehört. Man merkt sofort, wenn irgendwas nicht stimmt. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, den man hat. Ich muss aber dazu auch sagen, am Anfang hätte ich auch niemals gedacht, dass wir da so viel dran machen. Man muss sich das vorstellen, wie wenn man einen Ultimer kauft. Dann sieht man zwar die Hülle, aber du baust ein Blech ab und siehst was anderes. Und dann geht es immer so weiter. Das ist halt ein Rad. Und irgendwann war ich dann so an dem Punkt, und dann sagt man ja, komm, wir machen das noch, wir machen das noch, wir machen das noch. Und dann willst du es auch perfekt haben. Und dann geht es halt immer weiter und weiter und weiter. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir dann nachher letztendlich fast alles neu gemacht haben. Ja, Wahnsinn. Wann hast du angefangen mit dem Umbau, Lukas? Also man muss dazu sagen, das Geschäft stand erst mal, es war ja auch Corona, es stand fast ein Jahr erst mal nur rum. Man muss sich ja auch erst mal ganz viel beschäftigen mit Behörden. Die neue DIN stand an. Da muss man sich erst mal informieren, was für Kosten fallen überhaupt an mit dem Umbau. Da sprechen wir nicht von 10.000 oder 20.000 Euro, sondern das geht gleich richtig zur Sache. Und ja, erst mal Angebote einholen, erst mal so einen kleinen Plan aufstellen, wie teuer wird das alles. Und bis das wirklich richtig losging, also ein Jahr kann man sagen, arbeiten wir jetzt richtig effektiv da dran. Apropos Technik, ich glaube, dafür ziehen wir mal ein Stück weiter nach oben. Ich weiß nicht, ob euch die Lämpchen jetzt hier irritieren, die ganze Zeit, die dazwischen uns leuchten. Dann zeigen wir euch mal die Technik dahinter, beziehungsweise genau, können wir uns auch ein bisschen über die allzeit beliebte Norm unter den Schaustellern DIN 13, 8, 14 unterhalten. Und dann zeigen wir euch mal, wie das Ganze funktioniert. Ja. Was mir direkt auffällt, Lukas, ist, dass du hier auch noch schon einige technische Veränderungen vorgenommen hast. Und zwar hast du hier schon die, wie nennt man die Rutschsicherung? Ja, Sitzhöcker nennt man die. Die Sitzhöcker montiert. Und ich finde das extrem wichtig. Ja. Also gerade für Kinder gibt es nochmal eine extra Sicherheit. Und ich muss sagen, ich weiß gar nicht, die sind inzwischen auf Vorschrift, oder? Ja. Das ist auch Teil der DIN. Ja. Muss auch sein. Hat das Geschäft vorher aber auch schon gehabt. Ja. Aber das bietet natürlich nochmal zusätzliche Sicherheit, dass keiner aus dem Sitz rausrutscht. Ja. Obwohl der Brake-Dance mein Lieblingsfahrgeschäft ist. Ich bin nämlich tatsächlich als Kind fast rausgerutscht. Ja, aber der hat die jetzt auch. Und der hat die, genau. Die haben nämlich alle jetzt Sitzhöcker. Deswegen muss ich sagen, ist das echt mega. Weil Sicherheit geht vor. Auf jeden Fall. Und ansonsten hast du natürlich tiefe Sitzschalen. Die sind ja relativ tief. Und da kann nicht viel passieren. Man sitzt da auch stramm drin, ne? Man sitzt stramm drin? Ja, das muss man schon sagen. Man sitzt stramm drin. Der Bügel ist sehr stramm. Also das ist unmöglich, da rauszufallen. Und man muss dazu sagen, das ist natürlich auch was für das Juma-Publikum. Auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie du das Ding betreibst. Du hast ja beim Robert Rasch quasi am Domdancer gelernt. Also schau da mal in unsere Backstage-Reportage rein. Vom Domdancer. Super spannend. Und da kommt auch noch was Neues wieder für euch. Also freu dich drauf auf die neuen Videos, die von uns kommen. Und Lukas, wie du das Geschäft betreiben wirst. Da gibt es ja einige. Es gibt dieses Spiel mit den Bechern, was einige machen. Wobei, weißt du was? Da kannst du direkt auf Nachhaltigkeit setzen. Wiederverwendbare Becher oder sowas. Ja, da werden wir uns bestimmt noch was Cooles überlegen. Du musst einfallen lassen. Das war in Düsseldorf richtig krass. In Düsseldorf durften keine PET-Flaschen verkauft werden. Ja, da wird immer mehr drauf geachtet. Ich hatte auch mit einem Schaustellerfreund gesprochen. Der hatte echt alles PET-Ware. Er hat die komplett verschrocken. Er hat sie getauscht dann mit seinem Lieferanten jetzt. Wenn er in der Spielzeiten hat. Der arme Kerl. Da musst du dann einmal umrüsten. Und im Supermarkt kannst du überall die Sachen frei kaufen. Und ich muss sagen, mir ist ein Glas runtergefallen auf der Rheinkirmes. Und ich hatte tatsächlich einen Splitter im großen Zeh gehabt. Also von daher muss man immer abwägen, was besser ist. Ja, bevor wir abdriften hier, Lukas. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Hinter uns seht ihr hier oben die Schleifringe. Und ich blende euch die mal ein. Ich glaube, das ist nämlich ganz interessant, wie so ein Scheibenwischer eigentlich technisch funktioniert. War mir tatsächlich vorher auch nicht bewusst. Wir haben eben so eine kleine Vorbesprechung gemacht. Hat der Lukas mir mal so grob erklärt, wie es funktioniert. Und Lukas, vielleicht erklärst du einmal, wie das Ganze funktioniert und warum da Schleifringe sind. Und wir zeigen euch das gleich auch nochmal auf der anderen Seite. Da sind nämlich keine Schleifringe. Und ich habe gesagt, Mensch, wie kann denn, du brauchst doch zwei Montoren. Wie kannst du das denn dann sozusagen synchron antreiben? Ja, also Schleifringe gibt es natürlich nicht nur beim Scheibenwischer. Schleifringe gibt es bei eigentlich so ziemlich jedem Fahrgeschäft oder zumindest bei allen drehenden Teilen. Das ist natürlich so, wenn man das jetzt fest verbauen würde, dann würde man dem Kabel irgendwann, auf gut Deutsch gesagt, den Hals abdrehen. Deswegen hat man diese Schleifringe, weil die Gondel braucht zum Beispiel Strom für die LEDs. Die Gondel braucht Strom für die neue Steuerungstechnik, für die DIN, für die ganzen Sensoren, für die Bügelverriegelung und, und, und. Und dafür sind am rechten Arm die Schleifringe verbaut, um den Strom dann im Endeffekt auf den Arm zu übertragen. Wir haben einen Schleifring oben am Ausleger und das gleiche natürlich auch am Gelenk unten, weil da dreht sich ja die Achse auch nochmal, beziehungsweise der Ausleger, wo die Gondel drauf montiert ist, dreht sich auch. Deswegen haben wir einen Schleifring unten und einen unten, einen oben, einen unten. Und das sind jetzt im Endeffekt auch noch die alten Schleifringe. Auch die werden bei KMG erneuert, weil wir zwei Signale noch mehr bekommen. Und ja, die kommen dann da dementsprechend auch einmal mit neu. Und die verschleißen, ne, habe ich jetzt auch gelernt beim Hangover hier vom Ewald Schneider, war ganz interessant. Der tauscht die alle drei Plätze, tauscht er die aus. Ja, ganz so extrem ist das hier nicht, aber man muss die auch immer mal sauber machen, gucken, dass alles schön flüssig läuft. Weißt du, wie lange das beim Dänzer hält? Das kann ich schwer sagen, ist immer unterschiedlich. Das ist natürlich auch mit Staub und Dreck und so weiter. Also es wird alles super gepflegt natürlich, ne, dann hält das alles lange, ne. Ja, das ist wirklich interessant. Aber beim Dänzer sind jetzt zum Beispiel auch gerade alle Schleifringe neu gekommen. Ja. Da ist alles immer auf dem neuesten Stand. Ja, vor allem, das ist ein hohes Risiko, dass da mal irgendwas ausfällt, ne. Ja, deswegen, also muss man da immer drauf achten. Das muss alles tip top sein. Ja, ich weiß, da liegt ihr viel Wert auf jeden Fall drauf. Genau, Optik ist immer eine Sache, aber an oberster Stelle steht immer die Technik und die Sicherheit der Fahrgäste. Wenn mal so eine LED nicht blinkt, ist das nicht so schlimm, aber wenn die Bügelverriegelung nicht funktioniert und so weiter, das ist immer Nummer eins, ne. Ja, da hast du wirklich recht. Und wie gesagt, das sieht Fabrik neu aus. Also wenn man da vorsteht, ist das schon. Und vor allen Dingen hast du das auch wirklich gut gelöst. Das Design ist durchdacht, das ist nicht irgendwie so eine Spielmannsglitsche. Und das gefällt mir besonders gut. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir auf der einen Seite die Schleifringe gesehen. Jetzt würde ich sagen, jetzt wechseln wir nochmal die Kameraposition. Dann zeigen wir euch nämlich die andere Seite. Die ist nämlich auch ganz interessant. Das sind nämlich Zahnräder zu sehen, ne, Lukas? Ja. Ihr seht jetzt hier auf der anderen Seite nochmal oben, seht ihr hier vorne die Zahnräder. Ich blende euch das Ganze aber auch ein. Und wir zeigen euch auch gleich einmal, was auf der anderen Seite ist, was diese Zahnräder antraten. Ne, Lukas? Genau. Also bei dem Scheibenwischer ist das hier so ein bisschen anders. Es gibt auch viele Scheibenwischer, die sind mit einem Radreibantrieb sozusagen angetrieben. Und bei den KMG-Scheibenwischern ist das halt so, dass die mit Hydraulik und Getriebe und dementsprechend den Ritzeln hier auf der linken Seite angetrieben werden. Wir haben zwei Ritzel. Eins ist links und eins ist rechts verbaut. In der Mitte könnt ihr den Arm mit dem großen Ritzel am Ausleger sehen. Ja. Und das wird sozusagen von links und rechts von zwei Motoren angetrieben. Ja. Die Motoren bzw. das Getriebe wird durch Hydrauliköl angetrieben. Der Motor sitzt hier unter uns. Ja. Das ist im Endeffekt ein großer Elektromotor, wovon eine Hydraulikanheit dran ist und die das Öl dann durch das System durchschießt und die Kraft dann an das Getriebe und an die Ritzel übergibt. Wie ist das eigentlich, du hast ja auch Ahnung von Landmaschinen, wie ist das bei Baggern, ist das das gleiche Prinzip mit der Hydraulik? Es ist eigentlich das gleiche Prinzip, ein bisschen anders ist es schon, aber vom Grundbausatz ist das das gleiche. Wie beim Auto und Motor, es gibt 50 verschiedene Fabrikate, aber der Motor an sich läuft immer gleich. Läuft gleich. Ja, und wir hatten eben schon mal angesprochen, Thematisierung, was dir glaube ich am Herzen liegt. Du kommst ja aus der Region, du bist ja auf dem Hamburger Dom und du hast den voll auf Hamburg auch thematisiert. Und ich glaube, das wird doch dein erster Platz sein, der Hamburger. Ich hoffe es. Du hofftest zumindest, dass es der erste Platz wird. Ich hoffe es. Also man muss sich natürlich auf alle Plätze bewerben. Ja. Wir haben es natürlich auf den Hamburger Dom oder generell auf Hamburg und den Umkreis von Hamburg thematisiert, weil wir hier auch aus der Region Hamburg kommen. Ja. Ich muss sagen, ich habe mir über die Thematisierung auch ganz lange Gedanken gemacht. Das hat mich unzählige Nächte wirklich gekostet. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja. Es ist ja auch immer so, man fragt dann Freunde und Verwandte, was meint ihr denn? Und es gibt da immer 50 verschiedene Meinungen, dem einen gefällt es, dem anderen nichts. Man kann es auch nie allen recht machen. Ich werde es wahrscheinlich mit der Thematisierung auch nicht allen recht machen können. Ich bin jetzt letztendlich mit dem Produkt aber zufrieden. Das ist glaube ich auch das Wichtigste, dass ich da mit einem ruhigen Gewissen mit rausfahren kann. Und ich wollte mal was anderes machen, nicht so eine typische Kirmes-Thematisierung, sondern mal was Poppiges, Neues. Hamburg, Kiez. Das ist eigentlich so. Jeder, der nach Hamburg kennt, kennt den Kiez. Jeder kennt die Reeperbahn. Und dann habe ich mich für das Thema entschieden. Ja, und es sind ganz, ich weiß noch, du hast mir auch einen Entwurf damals, zwei Entwürfe zugeschickt. Ja. Und ich fand echt, ich habe schon gedacht, das wird gut. Das Schwierige ist, sage ich mal, ich hatte von Anfang an eine Idee im Kopf. Aber wenn man nicht die technische Möglichkeit hat, das umzusetzen, dann ist das besonders schwer, einem Grafiker zu erklären, so und so möchte ich es haben. Das heißt, ich habe mir echt einen Colchblock genommen, einen Kugelschreiber und habe dann aufgezeichnet, wie ich es mir ungefähr vorstelle. Dann haben wir das Ganze 50 Mal hin und her geschoben, bis dann irgendwann so aussah, wie es jetzt aussieht. Weißt du was, Lukas, ich glaube, wir ziehen nochmal vor das Geschäft mit der Kamera, dass man den ganzen Nightfly sieht. Ja. Und dann können wir nämlich mal drauf gucken, dann kannst du auch erzählen, wie du auf den Namen Nightfly gekommen bist. Auf jeden Fall. Jetzt seht ihr Nightfly nochmal in seiner vollen Pracht, Lukas. Und mich interessiert natürlich, ich habe dich tatsächlich noch nicht gefragt, wie bist du auf Nightfly gekommen? Ja, das war auch ein schwieriges Thema, den richtigen Namen zu finden. Die Thematisierung war eigentlich von Anfang an klar. Ich wusste, dass ich Hamburg machen will. Ich wusste, dass ich Reeperbahn machen will. Ich wusste, dass ich den Kiez machen will. Und eigentlich hatte ich einen anderen Namen. Eigentlich hatte ich den Namen Crazy Viper. Crazy Viper, ja. Also verrückter Wischer. Aber dann habe ich da mit mehreren drüber gesprochen. Das kann nicht jeder übersetzen und man weiß irgendwie nicht sofort, was es ist. Und da wir ja jetzt so das Thema auch Nacht haben, lag ich echt eines Abends im Bett und habe gedacht, Night, Night, Nightfly. Im Endeffekt ist es ja auch so, dass die Gondel durch die Nacht durchfliegt. Durch die Thematik, die hinten zu sehen ist. Und so kam ich dann auf den Namen Nightfly. Nightfly dann, naja. Und mir ist aufgefallen, oben neben dem Antrieb, neben dem Ritzeln, da steht Döner drauf. Was hat es mit dem Döner auf sich? Ja, das ist auch so ein kleines Feature. Jeder, der von euch mal in Hamburg war, auf dem Kiez mal feiern war, der wird es wahrscheinlich kennen. Nach dem Feiern um vier gibt es erstmal einen Döner. Ja. Das ist eigentlich so allzeit bekannt auf dem Kiez. Und deswegen habe ich gesagt, das Döner-Schild darf auch auf gar keinen Fall fehlen. Auf keinen Fall. Ich glaube, der Felix, euer DJ, am Domendanzer ist auch auf dem Kiez immer. Ja, der legt auf dem Kiez auch auf und ist auch so sein Leben. Ja, aber da werden wir im anderen Video nochmal von berichten. Alles klar. Ja, dann haben wir Jugendtreff Hamburg. Das ist, glaube ich, auch eine geile Idee. Da hast du geschrieben, Best Tunes bei DJ Glesi. Da hast du dich selbst dann... Das ist eigentlich auch so ein Geheimtipp. So haben mich meine Freunde irgendwie immer genannt. Und das war eigentlich auch mehr so ein Joke. Ja. Und ja, da haben wir es aber so gelassen. Und ja. Sieht wirklich imposant und genial aus hier. Ja, Lukas, dann würde ich sagen, zeigen wir den Zuschauern noch, wie es hinter dem Geschäft aussieht, beziehungsweise wie der Antrieb aussieht. Weil ich glaube, das ist auch ganz interessant, weil auch mir, wie gesagt, war es erst nicht bewusst, wie der angetrieben wird, obwohl es eigentlich logisch ist. Ja. Dann würde ich sagen, ziehen wir mal rüber hier hinter das Geschäft. Wir stehen jetzt quasi direkt hinten drin im Nightfly, Lukas. Und was du da mehr oder weniger gerade in der Hand hältst, sind tatsächlich die Gewichte, die Gegengewichte zur Gondel. Genau. Das sind die Gegengewichte von der Gondel. Da haben wir insgesamt zwei. Im laufenden Betrieb könnten wir hier natürlich nicht stehen. Ist auch alles mit Sensoren abgeriegelt. Sobald eine Tür aufgeht, hält das Geschäft sofort an. Sonst würden wir hier natürlich hinten zerquetscht werden. Wie gesagt, das ist eines von unseren zwei Gewichten. Hier im oberen Bereich könnt ihr eines von unseren zwei Getrieben sehen. Hier sind die beiden Hydraulikschläuche, die das Getriebe dann dementsprechend mit Hydrauliköl versorgen. Und der Motor unter der Gondel versorgt die Getriebe dann dementsprechend mit dem richtigen Hydraulikdruck. Aber man muss sehen, wenn jetzt einer die Kabel hier sieht, die etwas älter aussehen, das ist genau das, was komplett ausgetauscht wird bei K&W. Das sind jetzt im Endeffekt alles noch alte Kabel. Wir haben von vorne jetzt erstmal alles schick gemacht. Auch der hintere Bereich, der ganze Motorraum und so weiter, wird alles noch komplett aufgearbeitet. Hier ist im Endeffekt nachher in der kompletten Anlage nicht ein altes Kabel. Hier ist wirklich einmal alles von Grund auf neu. Wie gesagt, wie die Wiebke Bruch sagt im Interview so schön, alter Stahl im neuen Gewand. Da war im Prinzip auch alles einmal neu. Wir geben dem Schallmischer im Endeffekt einmal ein neues Leben. Das ist wirklich klasse, Lukas. Ihr seid noch lange nicht fertig. Und was ich auch genial finde, wir zeigen euch das auch draußen mal. Da sieht man nämlich das Licht an. Wobei, auf eine Sache, die zeigen wir euch noch. Hier oben nämlich ist das Gestänge. Das blenden wir aber ein. Lukas, vielleicht erklärst du nochmal. Das Gegengewicht treibt nämlich eine... Was treibt das Gewicht an? Beziehungsweise wie ist das verbunden? Weil das war es, was ich eben meinte. Genau. Das ist ja quasi... Also ihr könnt ja jetzt im Endeffekt sehen, dass die Gewichte unten sind. Normalerweise sind die Gewichte unten, wenn die Gondel oben ist. Das heißt, das ist jetzt im Endeffekt die Position, um den Wagen zu fahren. Ja. Sonst würden sie ja jetzt oben rausstehen, dann könnten wir nicht durch den Tunnel fahren und, und, und. Das heißt, wenn wir das Geschäft aufbauen, dann wird die Hydraulik angeschaltet und die Gondel wird ganz langsam nach oben gefahren. Ja. Und wenn die Gondel genau oben steht, dann können wir da oben vier Bolzen reinschrauben und dann wird sozusagen das Gewicht einmal oben verbolzt. Ja. Und das ist dafür da, dass wenn wir oben 18 Fahrgäste drin haben, die haben natürlich auch ein Gewicht, hier unten ist dann das Gegengewicht, damit das schön gleichmäßig läuft. Ja. Na, sonst würde das ja, sag ich mal, ins Ungleichgewicht kommen. Dafür sind diese Gewichte da. Alles klar, ja. Und oben ist quasi eine Stangenverbindung, ne, zwischen dem zweiten Gewicht. Es ist nämlich zwei Gewichte dann dran. Ich blende euch das mal ein. Ja. Dann könnt ihr nämlich sehen, wie die, wie die Stange dann verbunden ist, ne? Genau, die ist auch besonders wichtig, die Stange. Die sorgt dafür, dass die beiden Arme genau exakt zentriert sind und genau gleichmäßig laufen, dass da auch schön alles gleichmäßig läuft. Die dürfen ja natürlich auch nicht in die Unwucht kommen. Das heißt, die Gondel oder beziehungsweise die Arme sind vorne einmal durch die Gondel verbunden und hinten durch die Stange. Dann nochmal ab. Ja, super. Alles klar, Lukas. Ja, den Rest von der Elektrik zeigen wir nicht, weil der wird sowieso ausgetauscht. Genau, jetzt in vier Wochen geht es zu KMG. Und da haben wir, wie gesagt, Anfang September den Termin und da kommt dann nochmal das Feintuning. Ja, haben Sie was gesagt? Wie lange der Umbau dauert? Ich schätze mal ungefähr anderthalb bis zwei Monate. Ja, das ist auch fix dann. Ja. Alles klar, Lukas. Ja, dann schauen wir uns jetzt mal an, wie die, ja, wie die Beleuchtung funktioniert. Das ist eigentlich auch ganz interessant. Von jeder Position kann man auch tatsächlich nochmal gut die Gewichte sehen. Man sieht hier vorne, da sieht man auch die Stange, die ist, ne, das ist die Stange, die quasi verbunden ist, die dann hinten mitschlägt. Und, ähm, stimmt, da habe ich auch tatsächlich auf dem Kirmesplatz schon mal gesehen, wenn die hinten fährt. Genau. Hier drehen sich im Endeffekt nachher die ganzen Gewichte immer hinten links und rechts. Das heißt, im Betrieb kann man das von hinten auch sehen, dass sich das Gewicht dann immer dreht, ne? Dass es dann mit dreht, ja. Ja, super spannend. Und oben sieht man schon die ganzen Käbelchen, ähm, von dem, äh, von der Beleuchtung. Und die wollen wir natürlich nicht vorenthalten. Und da gehen wir jetzt mal hin, Lukas. Hinter uns seht ihr jetzt, äh, ja, im Prinzip die Kabel von den, von den Lampen, Lukas, ne? Ja. Das sind drei Stück. Wenn das jetzt Wechselstrom wäre, ähm, hätten wir, ähm, hätten wir, ähm, hätten wir einen L1, einen Neutralleiter. Und ein, äh, und die Erde. Aber hier ist das gelbe Kabel, wir haben ja hier Gleichstrom, ne? Und das gelbe Kabel ist für was anderes. Ich glaube, es ist ganz interessant, wenn du mal erklärst, wofür die Kabel sind. Genau. Auch hier haben wir uns bei den, äh, LEDs für die neueste Technik entschieden. Wir arbeiten da zusammen mit der Firma Kairis aus Nordmünster. Sind auch ziemlich bekannt auf dem Dom und generell in der Kirmesbranche. Und das gelbe Kabel ist im Endeffekt die Steuerleitung. Das heißt, wir können nachher genau über dem Computer jeder einzelnen LED sagen, du sollst rot sein, du sollst blau sein, du sollst gelb sein. Und so haben wir da ganz viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, Sachen zu beleuchten, ne? Ja, und das alles, das sind alles RGB-LEDs inzwischen, ne? Ja, und ich sehe, die hast du alle hier, äh, ja. Genau, die sind vernietet. Schön großes Loch, dass, falls mal was ist, dass man die auch austauschen kann. Ja. Und wir werden natürlich da oben noch überall Blenden rüber machen, dass man die Kabel nicht sieht, dass da keiner von hinten rankommen kann. Ja, dass keiner dran geht, naja. Genau. Gut, Lukas, und hier vorne, ähm, wir blenden euch das hier vorne mal ein, Lukas. Was sieht man hier unten noch? Hier vorne sehen wir im Endeffekt die vordere Achse vom Drehschirmel-Anhänger, äh, mit den Luftanschlüssen, Kabel und so weiter. Auch hier, ähm, bringen wir alles noch auf den neuesten Stand, sprich, Luftkessel werden erneuert, die Luftbäge werden erneuert, alle Luftleitungen, alle Kabel, ähm, sodass wir da für den TÜV auch, was, ähm, den Unterbau, beziehungsweise den Wagen angeht, auch auf dem neuesten Stand sind. Ja, sodass wir dementsprechend auch sicher von A nach B kommen, ne, das wäre, äh, so mit das Schlimmste, wenn wir zwei, dreihundert Kilometer irgendwo zu einem Platz hinfahren und unterwegs irgendwie was kaputt geht, ne. Das muss alles immer hundertprozentig sein. Ja, ne, da habe ich volles Verständnis für. Und das ist auch wichtig, am Ende des Tages, Sicherheit geht vor, wenn da was passiert, dann, äh, dann, äh, ja, dann ist immer... Vor allen Dingen bewegen wir ja auch hier einige Tonnen. Ich glaube, Übergewicht hat das geschleppt. Ne, das hat es nicht, das hat es nicht. Ja, ich habe jetzt gelernt, bei, bei, bei wem war es, bei, ich weiß gar nicht, 45 Tonnen, ah, doch, beim, ähm, beim, ähm, beim Ludwig Mees, der sagte mir, 45 Tonnen ist für die Grenze, ne, für, äh, Schwer, Schwerlast dann. Das müsste ich jetzt nachgucken, wie gesagt, da habe ich mich noch gar nicht so mit beschäftigt. Ja, aber apropos Last, ähm, Lukas, man kann nicht nur ein Fahrgeschäft kaufen, weil ein Fahrgeschäft hilft einem nicht, sondern man braucht noch eine Antriebsmaschine. Man braucht auch eine Zugmaschine, das ist das Ganze. Zugmaschine, naja, die wollen wir uns natürlich nicht vorenthalten, dann gehen wir mal hier rüber. Ja. Hinter uns seht ihr jetzt die Zugmaschine vom Lukas, und, äh, Lukas, ich glaube, ist auch ganz interessant hier, weil, wie gesagt, Fahrgeschäft, ist, äh, kann man, man kann sich ein Fahrgeschäft kaufen, aber da gehört natürlich auch noch eine Zugmaschine zu, damit man das Geschäft bewegen kann. Und, äh, wie bist du dazu gekommen? Das ist tatsächlich eine alte Zugmaschine von, äh, Robert, wo wir auch am Dancer waren, von Robert Rasch. Ähm, ja, eine Zugmaschine kann man auch relativ einfach kaufen, aber es ist natürlich auch immer so, die Zugmaschine muss auch zum Fahrgeschäft passen, weil, das Ganze darf natürlich auch nicht zu lang sein, sonst braucht man wieder eine Sondergenehmigung. Das Ganze muss ein Kran haben, und, 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 beziehungsweise wir bräuchten für das Geschäft an sich kein Kran, es kann ohne Kran aufgebaut werden, aber hinten auf die Pritsche kommt noch unsere neu gebaute Kasse, die befindet sich derzeit noch in Italien, also die wird auch einmal komplett neu gebaut. Ja, da hab ich auch schon mal Bilder gesehen, da hast du dir wirklich groß wie Kassau bestellt, ne? Ja, da werden wir ja auch einige Stunden drin sitzen, dementsprechend will man das natürlich auch, dann auch gut da drin haben. Die kommt dann hinten auf den LKW mit rauf. Ja, ah, die ist genau die Größe quasi, also Kasten auf die Kasse eingepasst. Genau, wir haben im Endeffekt die Kasse genau auf das Maß bauen lassen, natürlich ein bisschen Luft links und rechts, aber den Platz haben wir dann auch ausgenutzt, und ja, auch jetzt so im letzten Jahr haben wir relativ viel am LKW selbst gemacht, alles einmal durchrepariert, die Maschine hat nochmal Alcora-Felgen bekommen und ein bisschen mehr Licht und dies und das. Im Innenraum wurde ein bisschen was neu gemacht, sodass das auch alles einmal schön schick und auf dem neuesten Stand ist. Kann man sagen, wer diese Kassen baut, weil die sind ja... Das ist eine Firma aus Italien, also in Italien ist es im Endeffekt so, da gibt es ganz viele Firmen, die rund um den Kirmesbereich Sachen bauen. Der eine macht Licht, der nächste macht das Chassis, der nächste macht die Folierung. Das ist im Endeffekt eine Straße gerade runter, wo zehn Firmen sind und jeder baut ein bisschen was und am Ende stellen sie das zusammen. Ja, alles klar. Ja, Lukas, super. Ja, ich würde sagen, dann haben wir, glaube ich, fast alles jetzt gesehen vom Geschäft, ne? Und ja, erster Platz hoffst du natürlich nächstes Jahr im Frühjahr, ne? Wir werden es sehen. Willst du am Winterdum schon versuchen oder Frühling? Ne, das werden wir nicht schaffen. Winterdum werden wir auf gar keinen Fall schaffen. Ja. Und den Rest wird man dann sehen, da will ich noch nicht zu viel verraten. Ja, alles klar. Wir sehen jetzt hier nochmal die alte Steuereinheit, Lukas. Und wie hieß das Geschäft vorher nochmal? Vorher hieß es Tropical Trip und man kann hier auch noch sehen, das ist noch die Bezeichnung von KMG. Oh, boah. Genau, das Fahrgeschäft ist vom Baujahr 1994. Ja. Und ja, so sah dementsprechend das Fahrpult aus. Auch das Fahrpult wird jetzt mit der neuen DIN komplett erneuert. Das heißt, wir werden danach ein komplett neues Fahrpult haben. Ja. So, dass KMG auch aus der Ferne auf unser Geschäft zugreifen kann und Fehler erkennen kann. Und ja, da ist dann dementsprechend auch die neueste Technik verbaut. Früher war es im Endeffekt so, wir haben die Steuerung eingeschaltet. Dann sind die Lüfter und so weiter im Motorraum angegangen. Dann konnten wir den Motor einschalten. Und dann hatte man im Endeffekt hier einmal die Freigabe für die Bügel. Start und Stopp für die Fahrt. Das ist alles Beleuchtung. Und hier ist im Endeffekt das Wichtigste. Und das ist hier der Joystick, um die Fahrt dann dementsprechend zu starten. Einmal links und rechts. Ja. Hier haben wir noch eine Strobo-Taste. Und viel mehr ist letztendlich nachher auch gar nicht dran. Ja. Also das neue Fahrpult wird dann schon ein bisschen impulsanter aussehen. Weißt du, wie die Steuerung ist? Hast du auch einen Joystick? Ja, der Joystick wird dasselbe sein. Mhm. Ja, die Knöpfe und so weiter ist natürlich auch alles neuere Technik dann. Und hast du eine DMX-Lichttechnik dann. Genau. Weißt du was? Dann machen wir mal was zu zum Licht. Ich glaube, es ist ganz interessant, mal zu erklären auch, was da für ein Aufwand hinter steht, hinter der Steuerung. Ja. Das ist ganz interessant. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, ziehen wir mal weiter. Ja, ich hoffe, ihr konntet wieder viele spannende Einblicke mitnehmen. Ja, Lukas, vielen herzlichen Dank, dass du den Spaß hier mitgemacht hast. Vielen Dank, dass du hier warst. Ja, danke, dass du dir Einblicke hier gegeben hast. Sehr gerne. Ich habe dir ein Giant Funblock T-Shirt mitgebracht. Und ja, wenn ihr Interesse habt hier, könnt ihr mich gerne anschreiben. Dann, genau, kann auch eins euer sein. Ich verlos die im Moment. Wir können auch tatsächlich in der Folge 2 verlosen. Schreibt mir einfach unten die Kommentare rein, welche Größe ihr habt und wie das Fahrgeschäft hinter mir heißt. Ja, und dann verlosen wir das. Und ich würde sagen, einsendlich los ist der 31.8. dann von der Verlosung. Ja, und Lukas, ich bin mal gespannt, wie du darin aussiehst. Ich würde sagen, ich schnippe es jetzt mal in die Finger. Zack. Und schon hast du es an, Lukas. Super. René, ich sage vielen Dank fürs T-Shirt. Vielen Dank, dass du hier warst. Ja, danke dir. Und ja, für euch da draußen, wenn euch die Reportage gefallen hat und ihr auch mehr über das Thema Nightfly erfahren wollt, schaut doch gerne bei TikTok mal vorbei. Ja, René, du weißt es, ich filme eigentlich so ziemlich alles, was hier passiert, mit. Du bist jetzt auch einer der Ersten, der die Gondel auf dem Geschäft gesehen hat. Das ist auf TikTok noch nicht hochgeladen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Genau, und da kommt noch eins. Deswegen, wie gesagt, freut euch noch auf weitere Videos von Lukas und mir. Ja, und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert und auch in Zukunft wieder einschaltet, wenn es heißt Giant Fun Blog. Bleibt gesund bis dahin. Euer René. Euer René. Euer René. Aber bitte.